Norddeutscher Rundfunk 2021 Hast du gestern schon an heute gedacht? Hast du heute schon an morgen gedacht? Ich hab heute schon an gestern gedacht. Und morgen denk ich bestimmt an heute. Wenn du heute an gestern denkst und morgen an heute, dann ist es zu spät. Ist das denn so schwer zu verstehen? Hätte ich denn gestern schon an morgen denken können? Ja, natürlich. Sogar müssen. Denn morgen ist ja heute gestern. Und wenn du heute nicht an morgen denkst, dann frag dich womöglich jemand, warum du das gestern nicht getan hast. Und die Fragen morgen werden sicherlich unangenehmer als meine heute. Wir müssen heute an morgen denken. Sonst haben wir das morgen nicht im Griff. Und nur heute können wir unsere Welt erhalten und unsere Zukunft gestalten. Macht jetzt mit beim Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zum Thema nachhaltige Entwicklung. Alle Infos findet ihr im Netz unter www.eineweltfüralle.de Ich könnte ja auch übermorgen an heute denken. Ist die nicht gut? Die ist prächtig. Danke. Müller. Zettkissieren! Das ist die Nase. Zettkissieren! Vergen sie sich. Zettkissieren! 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 Das ist das Schlange. Zettkissieren! Untertitelung des ZDF, 2020